Endlich Schulabschluss! Ich weiß noch genau, wie krass sich das angefühlt hat. Die Schule war vorbei, einem stand die Welt erst mal offen. Aber ich weiß auch noch, wie gestresst ich war, weil man hatte super viele Möglichkeiten und vielleicht aber noch gar nicht so einen richtigen Plan, was man machen will. Ich bin Dina, ihr seid hier bei SAFE und heute sprechen wir über zumindest eine Möglichkeit, das Gap Year. Was ist überhaupt ein Gap Year? Erst mal ist es ein Jahr Pause bzw. eine Lücke, meistens zwischen zwei großen Bildungsabschnitten. Oft ist das dann zwischen Schule und Ausbildung oder Studium. Und für so ein Jahr gibt es super viele Möglichkeiten. Aber welche ist die beste? Wenn ihr euch fragt, wie ihr ein Gap Year sinnvoll verbringen könnt, und zwar so, dass es euch am besten auch noch Jahre später etwas für eure Karriere bringt, dann seid ihr hier genau richtig. Wir klären, welche Optionen habe ich, was bringt mir am meisten für meine Zukunft und was muss ich dann bei der Planung jetzt schon beachten? Okay, wir stellen uns einmal vor, ich wohne wieder 18, ich habe gerade mein Abi in Bochum gemacht. Und jetzt ist die Frage, was passiert nun? Ich weiß noch, dass ich damals richtig Angst hatte, irgendwas falsch zu machen. Also ich wollte, dass meine Planung wirklich perfekt ist, ich wollte auf keinen Fall Zeit verlieren und das Recht sollte keine Lücke in meinem Lebenslauf entstehen. Deshalb habe ich direkt mit dem Studium angefangen, weil ich einfach so viel Stress gespürt habe. Heute weiß ich voll der unnötige Stress und man macht auch nichts so richtig falsch, auch wenn der Weg am Anfang nicht so super geradlinig ist. Das hat mir auch Recruiterin und HR-Expertin Lina Sens gesagt, seit Jahren junge Talente vom Arbeitsmarkt in Jobs vermittelt. Und ich finde, kurze Stationen und Lücken sind nicht schlimm. Also ich persönlich, wenn bei mir Menschen ins Vorstellungsgespräch kommen, ich gucke mir immer den Mensch an. Ich gucke an, ob der mich begeistert und nicht, ob er ein 1er Abi gemacht hat oder ob er mal anderthalb Jahre oder zwei Jahre gechillt hat. Circa 40% der AbiturientInnen fangen nicht direkt an zu studieren. Sie machen erst mal etwas anderes. Und da ist die Frage, etwas anderes? Was ist das denn? Wir haben einmal drei Szenarien für das Etwas anderes ausgesucht. Du willst in deinem Gap hier ins Ausland, zuhause bleiben, bisschen Berufserfahrung sammeln, vielleicht auch schon mal Wartesemester fürs Studium ansammeln oder erst mal überhaupt Orientierung finden. Für alle drei Wege gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wie gesagt, die Welt steht euch offen. Aber wenn es viele Möglichkeiten gibt, dann ist es oft ja auch schwerer sich zu entscheiden. Deshalb gehen wir hier jetzt mal alles nacheinander durch. Au-pair, Sprachreisen, Work and Travel oder internationale Freiwilligenarbeit, das alles sind Möglichkeiten, um ein paar Monate oder sogar ein ganzes Jahr im Ausland zu verbringen. Als Au-pair lebst du zum Beispiel in einer Gastfamilie und unterstützt sie bei der Kinderbetreuung. In der Regel wird dir dafür Unterkunft, Verpflegung und eine Art Taschengeld gestellt. Das Taschengeld variiert je nach Arbeitsdauer und Aufenthaltsland. In den USA sind es pro Woche zum Beispiel 195,75 Dollar, in Spanien bekommst du pro Woche gute 60 Euro mindestens und in Deutschland sind es dann 90 Euro pro Woche. Wichtig ist, als Au-pair ist man nicht in einem normalen Arbeitsverhältnis, sondern es gilt als sogenannter kultureller Austausch. Deshalb gibt es auch keine Verpflichtung für zum Beispiel Mindestlohn oder rechtliche Urlaubsansprüche. Auch wichtig zu beachten, Au-pairs tragen oft die Kosten für zum Beispiel An- und Abreise, für die Vermittlung bzw. die Organisation, für ihr Visum, sonstige Versicherungen oder auch für mögliche Sprachnachweise bzw. Sprachkurse, die du vor Ort machen willst. Und klar, auch wenn man vor Ort noch was kaufen will, muss man das auch selber bezahlen, zum Beispiel so was wie so wie Nils. Manche Familien entscheiden sich zwar dazu, die An- und Abreise mitzubezahlen, das muss aber nicht sein. Wenn ich als Au-pair ins Ausland gehe, was sind da Vorteile, was kann ich da vielleicht für später mitnehmen? Also ich denke, als Au-pair ist es ein Riesenschritt, weil du kommst in den privaten Alltag von völlig fremden Menschen und musst dich da ja auch irgendwie anpassen. Manchmal läuft sowas vielleicht auch gar nicht so gut und dann beißt du dich da vielleicht durch und das bedeutet ja auch wieder, dass du es später wirklich für dich nutzen kannst. Ich meine, die meisten betreuen Kinder, das ist auch super anstrengend und so kannst du für dich, glaube ich, einfach viele, viele Erfahrungen sammeln und bist ja auch durch diese Familie gestärkt und hast so einen Background und lernst dann das Land noch besser kennen, Alltag besser kennen. Wer keinen Bock auf Kinderbetreuung hat, aber vielleicht trotzdem eine Sprache lernen will, für den könnte eine Sprachreise das Richtige sein. Aber, da wichtig zu beachten, das kann ziemlich teuer werden. Ein Sprachjahr mit der bekannten Organisation EF kann zum Beispiel in London für 42 Wochen 25.000 Euro knapp kosten oder in New York mit Halbpension knapp 30.000 Euro. Ein bisschen weniger Startkapital brauchst du für Work & Travel. Organisationen und Infoseiten empfehlen zum Beispiel für das beliebte Reiseland Australien ein Startkapital von 5.300 bis 6.700 Euro. Die Hälfte davon solltest du für Flüge, Versicherungen und dein Visum einplanen, die andere Hälfte als Puffer, falls du zum Beispiel vor Ort nicht genug jobben kannst. Außerdem musst du bei der Einreise nach Australien finanzielle Mittel im Wert von 5.000 australischen Dollar nachweisen. Das sind in Euro ca. 3.250 Euro. Wie komfortabel das Jahr dann für dich läuft, hängt davon ab, was du arbeitest und wie viel du damit verdienst. Aber wichtig ist, dass du dich schon früh um dein Visum kümmerst. Je nach Einreiseland sind da die Vorgaben unterschiedlich. Für Australien ist es zum Beispiel so, dass du ein Working Holiday Visa oft beantragen müsstest. Das solltest du mindestens mehrere Wochen im Voraus beantragen, denn vielleicht musst du dich noch um Gesundheitschecks oder andere Nachweise kümmern. Und für Auslandsreisen empfiehlt sich immer noch auch noch eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen. Im Ausland für einen sozialen Zweck zu arbeiten, geht natürlich auch. Es gibt unterschiedliche Optionen, ein staatliches FSJ oder einen Freiwilligendienst über eine Organisation im Ausland zu machen. Lass ist gerade für seinen Freiwilligendienst in Bolivien. Ich habe gefragt, was genau machst du dort? Also ich war mit Weltwärts in Bolivien. Ich habe in einer großen NGO gearbeitet. Mano Mano heißt die. Meine Ausländerorganisation war das Bolivianische Kinderhilfswerk. Und bei die habe ich das dann gefunden, mein Projekt. Und es sollte eigentlich nur eine kleine ökologische Landwirtschaft sein. Und mehr wusste ich nicht. Aber es stellte sich dann heraus, mein Projekt hat auch noch eine Physiotherapie für behinderte Kinder gehabt. Und ein großes Warenlager für medizinische Güter, die halt irgendwie aus den USA gespendet werden. Eigentlich wollte ich das Projekt, weil ich früher in der Landwirtschaft gearbeitet habe. Und deswegen dachte ich, okay, Landwirtschaft, ich habe jetzt nicht so Bock auf Kinder. So Sachen wie Tiere versorgen, Ställe sauber machen, ernten, säen, Futter kaufen für die Tiere und so. In der Physiotherapie habe ich dann hauptsächlich geholfen. Und im Lager Kisten von A nach B bringen, Kisten aufmachen, reingucken, in andere Kisten fangen, Kisten wieder zumachen, so. Was mich natürlich vor allem interessiert hat, wie viel verdient man da und wie viel muss man vielleicht auch selber zahlen? Die Kosten fürs ganze Jahr belaufen sich, glaube ich, auf ungefähr 11.000 Euro. Der 75 Prozent übernimmt ja aber der Staat mit seiner Weltwertinitiative. Das heißt, man wird gebeten, 2800 Euro an Spenden aufzubringen. Ich habe zum Beispiel bei mir im Bekanntenkreis viel rumgefragt. Und genau damit wirst du halt das ganze Jahr versorgt. Also die Flüge werden gebucht. Man bekommt im Monat ein Taschengeld, was von Region zu Region unterschiedlich ist. Ich hatte zum Beispiel in Kotschabamba 235 Euro monatlich. Am Ende gehst du ziemlich mit Null raus. Also du bist nicht reich und auch nicht arm. Je nachdem, was du machst. Wenn du natürlich jetzt Wochenende rumreist, dann wirst du schon irgendwann arm. Aber ansonsten kommst du am Ende mit ziemlich Null raus. Einen geeigneten Einsatzort für den Freiwilligendienst im Ausland zu finden, ist unter Umständen gar nicht so einfach. Es gibt an diesen Diensten nämlich auch ziemlich viel Kritik. Das kommt ja erstmal von einem guten Platz im Herzen, sage ich jetzt mal. Also das ist wichtig. Wir wollen uns alle engagieren. Wir wollen uns sozial engagieren vielleicht oder für die Natur oder sonst was. Ich sollte einfach kritisch hinterfragen, ist das denn wirklich hilfreich, was ich da mache? Das heißt, erschaffe ich wirklich einen Mehrwert da, wo ich hingehe unter verschiedenen Aspekten? Wie lange bin ich denn da? Wie nachhaltig kann ich mich da jetzt wirklich engagieren? Wie viel kann ich beitragen? Was für Kenntnisse habe ich vielleicht auch, die ich einbringen kann? Oder auch ehrlich zu sich selber zu sein, vielleicht habe ich in dem Bereich auch keine Kenntnisse und sollte deswegen eine niedrigsteiligere Arbeit mir da suchen. Wie kann ich eine gute von einer schlechten Organisation unterscheiden? Also ich sollte einfach schauen, bei was für einem Anbieter befinde ich denn vielleicht einen Dienst, den ich übernehmen kann. Das heißt, natürlich gibt es da staatliche Programme, die wir in erster Linie empfehlen. Das sind dann auch längerfristige Aufenthalte zwischen sechs Monaten und zwei Jahren. Wo man dann wirklich sagen kann, da kann ich vor Ort ankommen, da kann ich mich engagieren, da habe ich auch einen festen Rahmen, in dem klar ist, diese Aufgaben erbringe ich, diese Einarbeitung bekomme ich, diese Ressourcen bekomme ich auch an die Hand. Okay, aber auch noch wichtig zu wissen, wie sieht es denn im Gap hier im Ausland mit dem Kindergeld aus? Kindergeld wird einkommensunabhängig an alle Familien mit Kindern unter 18 Jahren gezahlt. Wenn du aber in einer Ausbildung bist, bekommst du das Kindergeld auch noch bis zu 25 Jahren. Wenn du Arbeit suchen bist, dann bis 21. Man kann das so ein bisschen so zusammenfassen, dass generell gilt, wenn du gerade nicht in der Ausbildung bist oder ein Studium machst, dann hast du keinen Anspruch auf Kindergeld. Es sei denn, du machst einen Sprachkurs oder zum Beispiel ein berufsvorbereitendes Praktikum. Bei einem FSJ oder beim FÖJ wird auch im Ausland weiteres Kindergeld gezahlt. Spannend für alle, die vielleicht nur ein paar Monate weg wollen. Bei Zwangspausen zwischen zwei Ausbildungen, also zum Beispiel zwischen der Schule und dann Ausbildung, Studium oder Freiwilligendienst, wird für vier Monate das Kindergeld weiter gezahlt, wenn du dann nach diesen vier Monaten auch wirklich mit dem Bildungsweg weitermachst. Und wenn du nachweisen kannst, dass du dich ernsthaft um ein Ausbildungsstudium oder Arbeitsplatz bemüht hast, aber einfach keinen gefunden hast oder den Platz nicht bekommen hast, dann kannst du auch weiter Kindergeld bekommen und vielleicht dann diese Zeit nutzen. Aber nicht jede Person möchte unbedingt ins Ausland und das ist auch okay, weil auch hier in Deutschland gibt es einiges zu tun. Wenn du dich sozial oder ökologisch engagieren willst und dir das vielleicht sogar noch als Wartesemester oder Praxiserfahrung anrechnen lassen möchtest, dann könnte ein FSJ, ein FÖJ oder ein BFD genau das Richtige sein für dich. FSJ steht für Freiwilliges Soziales Jahr. Du leistest in der Zeit einen Freiwilligendienst im sozialen Bereich und auch wenn der Name es vermuten lassen könnte, es muss nicht immer ein Jahr lang sein. Die Dauer kann zwischen sechs bis 18 Monaten liegen. In dieser Zeit leistest du praktische Arbeit in deiner Einsatzstelle in Vollzeit ab und nimmst an meist fünftägigen Bildungsseminaren teil. Diese Seminare werden für dich organisiert und du triffst dabei andere FSJler und arbeitest mit ihnen dann zu Themen wie Berufsorientierung oder Nachhaltigkeit. Wenn du ein Jahr lang dein FSJ machst, dann hast du meist fünf von diesen Bildungsseminaren. Soweit so gut, aber wichtig für uns, wie sieht es da mit dem Geld aus? Du bekommst monatlich jedenfalls nach aktuellem Stand mindestens 410 Euro und maximal 438 Euro. Dieser Mindestbetrag setzt sich zusammen aus 370 Euro Taschengeld und 40 Euro Verpflegungspauschale. Das ist an der Stelle für mich ehrlich gesagt ein Knackpunkt, weil soziales Engagement ist super wichtig für die Gesellschaft und auch für die Weiterentwicklung kann es richtig gut sein. Aber für 40 Euro ein Monat lang Verpflegung einkaufen ist schon sehr knapp bemessen. Dein Taschengeld kannst du ein bisschen aufstocken durch das Kindergeld, das wird nämlich weiter bezahlt. Und ein weiterer Pluspunkt, auch deine Versicherung werden übernommen. Deine Einsatzstelle zahlt deine Kranken-, Renten-, Arbeitslosen-, Unfall- und Pflegeversicherung weiter. Und die Zusatzbeiträge, die manche Krankenkassen erheben, musst du als Freiwilliger auch nicht zahlen. Und wie sieht es mit dem Wohnen aus? Manche Einsatzstellen haben eventuell kostenfreie Unterkünfte, die sie dir anbieten können. Andere haben das vielleicht eher nicht, bieten dafür aber Geldersatzleistungen an, wie zum Beispiel Fahrkostenzuschüsse. Wenn man jetzt überlegt, ein FSJ zu machen, sollte man aber schon darüber nachdenken, dass man nicht so hohe Ausgaben hat, vielleicht auch noch zu Hause wohnen bleibt und nicht das Geld als Hauptmotivation sieht, weil so super viel Geld verdient man da einfach nicht. Man sollte am besten andere Dinge haben, die einen motivieren außerhalb des Geldaspektes. Zum Beispiel so was wie, dass man sich selber weiterentwickeln möchte oder dass man der Gesellschaft was zurückgeben möchte. Weil klar, wir können uns alle wünschen, dass soziales Engagement fairer bezahlt wird. Es ist aber leider gerade so, dass die Arbeit sehr hart ist und dafür das Geld leider meiner Meinung nach nicht passt. Ein FSJ ist übrigens im Prinzip das Gleiche, nur dass es dabei dann eben um ökologisches Engagement geht. Zum Beispiel arbeitest du dann in Naturschutzverbänden, in der Landwirtschaft oder in der Umweltbildung, zum Beispiel im ökologischen Kindergarten. Und auch der Bundesfreiwilligendienst, also BFD, ist grundsätzlich gleich geregelt. Der einzige Unterschied ist, dass es beim BFD keine Altersbegrenzung gibt. Beim FSJ oder FÖJ darfst du maximal 27 Jahre alt sein. Was würdest du sagen, was sind Skills, die ich da mitnehmen kann? Ich denke, egal welchen Job du später einschlagen willst, also wenn du es zum Beispiel im ökologischen Bereich machst, du nimmst da ja ganz viel mit, du lernst verschiedene Skills. Und dieser Arbeitsalltag, ich glaube, das darf einfach nicht unterschätzt werden. Ich weiß noch, wie kaputt ich war, als ich das erste Mal arbeiten gegangen bin und nach Hause gekommen bin und dachte, wow. Und das machst du dann fünf Tage die Woche. Und wenn du vielleicht schon eine gewisse Richtung hast, wie zum Beispiel du sagst, okay, ich möchte vielleicht Erzieherin werden oder ich möchte Sozialarbeiterin werden, dann sind die diese Jahre absolut sinnvoll. Wenn du jetzt denkst, das ist es, dann such dir am besten eine Einsatzstelle raus, die dich interessiert. Und dann bewirb dich schon relativ früh, am besten ein halbes Jahr im Voraus. Es kann manchmal aber auch kurzfristig klappen, also kein Grund ist nicht zu versuchen. Vielleicht weißt du aber auch nicht, was du überhaupt machen willst und kannst das ja dann nutzen, um das herauszufinden. Vielleicht willst du zum Beispiel erstmal austesten, ob Studieren überhaupt das Richtige für dich ist. Dann könntest du über ein Orientierungsstudium nachdenken. Da gehst du dann ein bis zwei Semester an die Uni und kannst unterschiedliche Studiengänge oder Studieninhalte kennenlernen. Und vielleicht weißt du danach besser, welcher Studiengang zu dir passt. In jedem Bundesland findest du mindestens eine Uni, die ein Orientierungsstudium anbietet. Viele davon sind bereits fachbezogen, also zum Beispiel, wenn du dich für MIN-Fächer interessierst oder weißt, dass du in den sozialen Bereich gehen möchtest, dann kannst du dir davon die Studiengänge anschauen und dann deinen Schwerpunkt setzen. Manchmal ist es aber auch so, dass du ganz offen zwischen allen möglichen Fachrichtungen auswählen kannst und überall mal ein bisschen reinschnuppern kannst. Natürlich ist Studieren aber nicht die einzige Option. Auch erstmal unterschiedliche Praktika zu machen, kann helfen. Definitiv. Also ich finde diese Orientierungsphasen, einfach zu gucken, was kann ich vielleicht machen. Ich habe zum Beispiel mal ein Praktikum bei der Hebamme gemacht. Weil ich dachte, auf jeden Fall werde ich Hebamme. War dann nicht so. Aber auch da habe ich ja wieder meinen Schluss draus gezogen. Und Praktika können ja auch super sinnvoll sein. Wenn du wirklich nach dem Abi kommst und du weißt nicht, was du studieren sollst, dann kannst du vielleicht mit diesem Praktika ja auch herausfinden, in welche Richtung gehe ich. Weil ich erlebe es tatsächlich gerade bei mir immer, immer wieder, dass ich ganz viele Studis habe, die Dinge studieren, total lost sind, fühlen sich überhaupt nicht wohl im Ende da drin, wechseln dann vielleicht nochmal, weil sie einfach irgendwas studieren wollten. Worauf du dich einstellen solltest, nicht alle Praktikumsstellen werden auch vergütet. Aber bei längeren und freiwilligen Praktika hast du immer einen Anspruch auf zwei Urlaubstage pro Monat und auf Mindestlohn. Meinst du, wir kriegen das hin, eine Liste zu machen mit Scales, die ich im Gap hier erlernen kann? Ich glaube, was da wichtig ist, ist, dass du es auf die Position beziehst, auf die du dich bewirbst. Also was sind da die Anforderungen in der Position? Und dann, dass du es mit deinen Gap hier Erfahrungen verknüpfst. Durchhaltevermögen ist als Beispiel sehr wichtig. Die sagen einfach, das ist ein sehr anstrengender Job, zum Beispiel Sales. Sales, du machst jeden Tag neu, um auf deinen Umsatz zu kommen. Dann kannst du das natürlich super auf deinen Gap hier beziehen, weil du vielleicht sagen kannst, ja, ich habe im Work & Travel irgendwie mir ständig einen neuen Job gesucht. Und ich denke, dass das alles Punkte sind, dass du es wirklich auf die Position vorher beziehst. Weil allgemein kannst du es nicht sagen. Es ist ja alles total unterschiedlich. Aber bring deine Erfahrungen ehrlich mit. Und wenn es wirklich nur das Kiwi pflücken war. Was war da hart? Was kann ich da auf den neuen Job beziehen? Also, wenn euch das letzte Schwierbe vorsteht und ihr vielleicht noch nicht so richtig wisst, wie es dann noch für euch weitergehen soll, dann kann ein Gap hier genau das Richtige sein. Ich habe bei der Recherche auf jeden Fall gemerkt, es gibt super viele Möglichkeiten. Da ist eigentlich für jeden was dabei. Und es muss auf jeden Fall nicht die ungeliebte Lücke im Lebenslauf sein, sondern ihr könnt davon auch richtig profitieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Hier könnt ihr dann noch ein Video zum Bundesfreiwilligendienst sehen. Und wenn ihr dann noch sehen wollt, wie ich nochmal meinen Führerschein machen musste, dann klickt einmal hier.